Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Ankündigungsvideo. So, im Hintergrund seht ihr Heroes of Hammerwatch, ein Hammer-Game und ich level hier gerade meinen Paladin Level 9. Der kann noch ein paar Stufen vertragen, denn ich hinke so ein kleines bisschen hinterher, hinter Rion und Tom. Die zwei spielen schon ein kleines bisschen länger, wobei Rion noch nicht so hoch gelevelt ist, aber Tom ist es. Nun ja, also im Hintergrund finde ich das ganz spaßig jetzt bei so einer Ankündigung. Ja, und es macht auch unglaublich viel Spaß zu spielen. Werden wir wahrscheinlich auch bald mal streamen. So, aber zum Thema Stream. Heute Abend ist der nächste Stream um 20.15 Uhr auf twitch.tv. Und da gibt es Folgendes zu sehen. Zu Anfang spielen wir erstmal Vikings Wolves of Midgard. Und ich habe mich ja letztes Mal, ja, nicht ganz so gut angestellt. Zumindest laut Bertiger. Er hat mir nämlich in den Kommentaren einiges dazu geschrieben, was ich hätte besser machen können. Und was man generell besser machen könnte. Und ich habe wohl so ziemlich alles falsch gemacht. Ja, und deswegen bin ich wahrscheinlich auch gescheitert. War ganz schönes Geraffel am Ende. Macht aber trotzdem Spaß. Und jetzt hat Bertiger halt angeboten, dass er mich ein kleines bisschen unterstützen möchte. Und heute Abend ist er dann am Start. Ja, wir zwei werden das ein bisschen zocken und dabei ein bisschen ergründen, wie das ganze Spiel dann so funktioniert. Er suchtet es. Er findet es ganz großartig. Und er wird uns heute Abend ein bisschen was von dieser Faszination abgeben. Gut. So, als nächstes, nach diesem Wolves of Midgard spielen wir gemeinsam Barony. Wer Bock hat mitzuzocken, der kann das dann im Stream einfach dann sagen. Und er wird dann hinzugeedit. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute wir jetzt bei Barony sein können in so einer Gruppe. Aber bis sie voll ist, kann jeder sagen, ich will mitmachen. Und dann spielen wir ein bisschen gemeinsam. Das Spiel ist nicht unbedingt sehr hübsch, aber es macht unglaublich viel Spaß. Ja, und wenn nachher noch so ein bisschen Zeit bleibt, dann spielen wir noch ein wenig Adania. Ich habe ja jetzt ein Portal-Grundstück. Und auf diesem Portal-Grundstück würde ich gern, ja, zumindest mal festlegen, wo das Portal hinkommt. Vielleicht mal überlegen, was man da so hinbauen könnte. Vielleicht können wir uns da ja gemeinsam so ein paar Ideen austauschen. Und vielleicht fange ich auch schon mal so ein kleines bisschen an. Ja, zu den Folgen momentan auf YouTube. Die sind ja jetzt etwas wenig gewesen diese Woche. Das liegt zum einen daran, dass ich unglaublich viel Zeit jetzt hier in Twitch investiert habe. Neben den Streams, auch diesen Mittwoch-Stream, den ich gemacht hatte, kommt natürlich auch viel drum herum. Ja, sich einlesen, Lizenzen, also Rechte, welche Musik darf man benutzen und, und, und. Da habe ich so ein bisschen mit zu tun gehabt und deswegen kamen ein paar weniger Folgen. Und das wird sich aber ab nächster Woche wieder ändern. Da werde ich wieder regelmäßige Folgen bringen. Es stehen ja auch noch so ein paar Sachen aus, ja. Und da gibt es noch einiges zu tun und zu schauen. Gut. So. Ich glaube, das war es jetzt erstmal von den Ankündigungen. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt die mir heute Abend einfach beim Stream. Wir sehen uns. Macht es gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.